es geht wieder los so wir sind hier weil wir hier nicht weitergekommen sind also ich und wir fangen einfach hier wieder an weil ich gar nicht weiß was wir hier überhaupt geguckt haben also ich meine wir sind hier runter gegangen also einmal hier hin sind hier runter gegangen und haben hier einmal so viele Leute gekillt glaube ich und dann haben wir hier und dann da das heißt wir müssen rein theoretisch noch das hier aber ich weiß nicht ob man hier runter kann sieht ein bisschen aus wie klippen aber könnte halt auch was anderes sein also so gesehen von hier eine grenze machen wir diesen berghang und guck mal wie weit wir hier noch kommen ich weiß nicht ob hier zu ende ist oder vielleicht ist ja hier zu ende weiß ja nicht wie weit hier noch die karte rein geht weil hier ist ja noch alles im nebel gehüllt wenn wir hier nicht mehr weiterkommen dann wollte ich dann hier rechts anfangen das alles hier mal genau unter die lupe zu nehmen weil hier ist ja auf jeden fall die nächste karte die das hier ein bisschen mehr enthüllend enthüllen wird und ja dann irgendwann werden wir hier auch dieses sumpfgebiet dann erkunden aber step by step gut hier ist bock und wer ist das ach ist das die blinde die wir hier unten die hier unten hier unten gestorben ist also wo wir dachten dass sie tot ist also wo wir denken dass sie tot ist lebt die noch hier ist ja hier hier ist es mein Name ist Hayetta und ich bin in der Suche der distanten Licht wenn ich so stolz bin, dass ich mich so stolz would ich dir, ob ich einen Shabriere Grapes in deinem zu mir meine Augen hat schon seit der birth ihr wisst ich kann nicht wissen, wie ich gehe weiter aber wenn ich eine dieser Grapes kann ich ein bisschen fühle mich eine distanten Licht in den backen meinen Augen Es wird mich zu meiner euren Aufgabe als Fingerjungen führen. Oh, vielen Dank an dich. Jetzt kann ich die distanten Licht noch mehr fühlen. Du bist wirklich sehr nett. Ich wünsche dir die Schmerz an dich. Du bist wirklich sehr nett. Ich wünsche dir die Schmerz an dich. Schade, vielleicht werden wir sie ja nochmal sehen. Gut, dann gucken wir mal hier runter, ob man jetzt hier runter kann. Es sieht nicht so aus. Aber es sieht so aus, als ob man hier hin kann, wenn man hier in dem Sumpf ist. Also, dass man vom Sumpf aus hier hin kann. Dann lasst uns mal hier diesen Teil uns mal genauer angucken und diesen Teil, weil ich glaube, wir sind einfach hier durchgerannt. Wer weiß, was wir da verpasst haben. Okay, dann lasst uns mal hier so ein bisschen langlaufen. Die Adler verscheuchen. Hier ist ein Friedhof. Und das war's schon. Ich weiß gar nicht. Waren wir hier? Waren wir hier nicht? Ich glaube, wir waren hier nicht. Ah, wir waren hier nicht. Jupp, ausweichen. Jupp, ausweichen. 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 Schade, ich dachte, wir können ihn backstabben. Ich denke immer, dass die irgendwas droppen und dass das deshalb so leuchtet. Aber naja, was kriegen wir hier? Akademie Schriftrolle. Was bringt uns das? Was ist das? Da. Ne, hier. Die ist ein Studierenden Zauber, um neue Zaubereien zu erlernen. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Ich höre hier schon wieder Leute aus den Särgen raustreten. Ah, Mist. Naja, komm, 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 komm. Hopp. Da kriegen wir wieder ein bisschen Leben. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Dann lass uns mal auf die andere Seite gehen. Dorthin. Hatte er hier eigentlich noch was für uns? Ich meine nicht, ne? Also er hatte ja drei Zauber. Soweit ich das noch weiß, einen konnten wir uns holen. Die anderen beiden waren, die hatten wir ja schon. Ja. Okay. Hätte ja sein können, dass ich mich täusche, oder dass er vielleicht neue Sachen dazu bekommen hat. Hier will man wohl wieder, dass man springt, aber... Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Eine Kristallknospe. Hier ist nochmal, äh, ein Friedhof. Oh, die hängen da so ein bisschen am... Okay. Hier ist aber auch nur dieses eine Item. Und es ist nur ein normales, so wie es aussieht. Das können wir uns, glaube ich, einfach so holen. Dann müssen wir uns dann nicht noch ein bisschen mit denen aufhalten. Okay. Okay. Dann holen wir uns das Item und die Runen zurück. Ein wärmender Stein. Ein wärmender Stein. Genau. Hier ist jetzt nix, ne. Genau. Hier waren wir ja schon. Das haben wir schon alles gemacht. Das haben wir auch schon gemacht. Äh, hier vorne war jetzt der Händler. Oder ein Händler. Genau. Hier war ja jetzt gleich dieser Strudel nach oben. Und da hatten wir ja diesen Dieb der Flammen, oder wie er heißt, gemacht. In dem, äh, Gefängnis. Da vorne. Und jetzt wollten wir einmal in die Richtung gehen. Weil hier hatten wir jetzt schon alles. Dann lasst uns jetzt hier hochgehen und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Gut. Hier ist auf jeden Fall Ende. Da ist Ende. Komplettes Ende. Hier an der Seite. Da ist wohl auch Ende. Das war knapp, aber... Ja. Da ist auch Ende. Okay, was ist das hier? Ist das Nebel? Oder ist das Eis? Okay, nervige kleine Zwerge, nervige kleine Zwerge, hier geht es in den Fels rein. Und hier höre ich schon wieder diese Zwerge. Ach, die sind hier überall. Dann lass uns mal wieder zurückgehen auf die Freifläche, die da mal alle hinpullen, damit wir uns das hier in Ruhe alles angucken können. Wechseln wir mal. Hier geht es auch nicht weiter, also man muss so gesehen in die Felsen rein. Da sind sie. Gut, aber der, dieser Nebel da, der lässt die nicht, also lässt nicht noch mehr von denen spawnen. Jupp. Was droppen die? Diese Wurfmesser. Dann haben wir Material. Material. Noch mehr Material. Noch mehr Material. Noch so ein Männchen. Ich denke immer, man könnte hier irgendwas verpassen an der nächsten Ecke. Hier runter geht es aber nicht. Da vorne geht es aber auch nicht runter, oder? Also es ist wirklich nur dieser schmale Grat hier, wo was sein kann. So, jetzt haben wir so ein Assassinenmännchen. Bolzen. Also mit Magie sind die echt easy. Mit einer richtigen Waffe glaube ich auch. Hier geht es sogar wieder runter in den Sumpf. Aber mit unserer Waffe sind die, also wenn es mehrere sind, echt nervig. Aber auf Distanz mit Magie. Easy. So, vielleicht hier oben oder so, kann ich mir noch was vorstellen. Dass man hier hochlaufen muss, um was zu finden. Ich weiß nicht, jetzt könnte ich mir echt... Also bei From Software könnte ich mir ja schon vorstellen, dass man jetzt hier irgendwie so ein... Aber da kommt man ja jetzt auch nicht mehr hoch, ne? Da runter fallen will ich aber auch nicht. Okay. Oh, dieses Abbremsen immer. So, auf der Seite, hier ist auf jeden Fall auch nichts. Hier liegt jetzt schön Nebel, weil hier ist man ja jetzt wieder in der Nähe von dem Sumpf. Das sieht aus wie so ein kleines Dörfchen. Sind das Magier? Ja, gehen wir mal hier drauf. Also ein Pyramancer. Ja, okay. Feuer. Können wir natürlich nicht so viel abziehen. Das war ja schon klar. Das war ja schon klar. Aber die haben wir jetzt alle gemacht. Gucken, was dieses Blumen-Mahnen-Dorf hier noch zu bieten hat. Okay, damit kann er ablocken mit dem Teil. Machen wir hier mit mehr Schaden. Schade, ich dachte der Job vielleicht mal was irgendwie. Okay. Ja, das sind ja diese niedrigeren. Okay. Okay. So, ich schätze mal, dass jetzt hier alle tot sind. Hier haben wir ein Item. Ein Gebetbuch der Feuermönche. Okay, das sind also Feuermönche. Gucken wir uns das doch mal gleich an, aber ich schätze mal, dass das dann auch wieder, dass man das irgendwo Feuersport mich an, Geste. Dass man das auch irgendwie da irgendjemandem geben muss, um da irgendwas zu erhalten. Da. Ja, gebt dies einen studierenden Kleriker, um neue Anrufungen zu erlernen. War ja schon fast klar. Okay, das sieht jetzt so aus, als würde das hier nicht mehr weitergehen für uns. Aber ich hatte ja gesagt, dass wir den Sumpf später machen wollen. Und hier ist wohl eine Deadline. also tode Linie. Hier geht's nicht hoch. Wenn wir jetzt hier runterfallen, sind wir dort. Gut, dass ich runtergefrungen bin, dann sind wir nämlich auch tot. Top. Gut, jetzt geht's da nochmal hin, weil das schon echt viele Seelen waren, die wir hatten. Ich hätte einfach absteigen sollen. gucken wir einmal noch da entlang, an dieser Höhenrippe, an dieser Bergrippe. Gucken wir gleich nochmal gucken wir gleich nochmal entlang, ob da vielleicht auch noch irgendwelche Items liegen. Und danach äh, geht's rechts entlang. und gucken wir mal, was wir da zu erforschen haben. Über Gegner. Gegner, Gegner, Gegner. Gut, hier sind wir jetzt gestorben. Das ist nur die Frage, ist jetzt der, sind die Runen oben auf dem, auf dieser Bergspitze, wo wir waren, oder sind die unten? Wahrscheinlich sind die oben auf der Bergspitze. Oder auf der Klippenspitze. So, die nehmen wir uns wieder. Okay, hier ist ein bisschen Material, hier ist Material, Material. Ich meine, kann ja sein, dass hier vielleicht irgendwo ein Dungeon noch ist. in den Feldspalten. Aber es sieht nicht so aus. Das ist auf jeden Fall ein Krebs. Okay. Moin, alles klar. Schön am Essen. Ja. Gut, dann lasst uns hier wieder zurückgehen. Dann gucken wir uns die andere Richtung einmal an. Die gute Dame ist jetzt auch schon weg. Okay, hier geht's nicht wirklich lang. Das ist sehr tief. Hier geht's jetzt aber auch nicht lang, ne? Wie kann man denn jetzt hier nochmal am besten runter? Ich wollte gerade sagen, hier war noch irgendwo kommt man noch hier runter. Nach rechts hier, haben wir ja schon erkundet, da war ja dieser Baumsperr oder so. Den haben wir ähm, da hinten hinter dem Titan bekommen. Weil hier durchgerusht sind wir ja einmal schon. Und ich glaube, die, die Fackel die hatten wir auch immer falsch benutzt. Weil die ist bei äh, die ist bei den Schilden, ist mir mal aufgefallen. Ist die gelistet. Die Fackel. Deshalb schätze ich mal, wenn man die Fackel wie so ein Schild nach vorne hält. Dass die, äh, Leute also Gegner auf Abstand hält. Weil das macht ja machen ja die Gegner mit den Fackeln auch mit uns. Wenn wir zu nah dran gehen kriegen wir ja Feuerschaden. Das sieht auch komisch aus irgendwie. Da kriegen wir ja Feuerschaden. Also ich schätze mal, dass das wirklich eine Fackel ist. Ach. Dass das ein Schild ist, die Fackel. Was kriegen wir hier vielleicht noch? Hier geht's einfach nur runter. Hier geht's einfach nur runter. Hier haben wir Runen. Fragmente. Er kann so viel toben, wie er will. Das ist ein Hund. Ja. Aha. Hier ist nochmal so ein Abschnitt irgendwie. Und so wie das aussieht, kommt man von da hinten runter. Und wenn da so ein Abschnitt gemacht wurde von From Software, dann wird da auch irgendwas sein. Entweder ein richtig gutes Item. Oder vielleicht ein Dungeon oder so. Naja, gucken wir mal. Ich dachte ja, dass wir ein Händler. Genau. Hier sind wir ja lang. Hier sind wir ja lang. Das haben wir uns ja alle schon angeguckt. Das haben wir uns auch schon angeguckt. Das haben wir uns auch angeguckt. Ich weiß nicht, ob wir hier waren, aber generell waren wir ja hier. So, hier waren wir auch. Also den Weg da hinten sind wir auf jeden Fall gegangen. Genau. Hier waren wir, hier waren wir, hier waren wir. Nur hier waren wir halt nicht. Sonst hätten wir gemerkt, dass es hier runter geht. Wie wir von da hinten gesehen haben. Woppa! Oh, lass mich, lass mich, lass mich. Alter Falter. Alter Falter. Aha. Sehr überraschend. Handschuhe der niederen Soldaten. Okay, ich dachte, die können nur ihre komischen Wurfmesser da droppen. Aber so lernt man nie aus. Die können also mehr droppen. Vielleicht auch die ganze Rüstung von diesen kleinen Männchen. Was komisch wäre, wenn wir die anziehen könnten. Weil die sind ja echt nur so halb so groß wie wir. Hier sind noch welche. Hier komme ich nicht hoch. Hier komme ich auch nicht lang. Hm. 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 Die sind alle fertig. Alle dode. Alter. Also ich muss sagen, die sind nervig. Die sind echt nervig. Okay, hier ist auch nix. Ah, hier ist ein Tor. Hier ist ein Tor. Ein Tor im Fels. Was sieht immer schön aus? Blaue Flammen. Katakomben am Klippenfuß. Rücksichtslosigkeit. Geheimnis voraus. Daher gut umschauen. Leiden voraus benötigt. Daher geht mir nichts auf. Okay. Ja gut. Dann gucken wir doch mal. Das ist auch gut. Und sehr dunkel. Da hätte man schon aussteigen können. Guck mal, sollen wir da mal hin? Aber man sieht hier auch nichts, ne? So, dann machen wir das auch mal so. Hier. Hier ist aber nichts, ne? Ich weiß auch nie, ob man das jetzt hier wie... Äh, ich meine, Dark Souls 1 war das, glaube ich, mit Schlagen, dass man diese Wände aktivieren konnte. Und in Dark Souls 2 war das, glaube ich, mit Ansprechen. Also, dass man so gesehen Aktion gegen die Wand machen musste, damit die aufgeht, wenn da halt eine Wand war, die aufgehen soll. Ach, krass, man kann keine Feuer spucken damit. Oh mein Gott. Heftig. Jo, aber wirklich, äh, ablocken damit kann man nicht. Jo, 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 nö, 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 nö. Also der... Im Kampf sollte man, äh, vielleicht doch mal die Fackel wegstecken. Da, äh, bringt die nicht so viel. Und bevor wir die Runen verlieren, sollten wir vielleicht auch mal die Runen verwenden. Weil sonst... Heule ich wieder rum, wenn, wenn die Runen dann weg sind. Ach so, jetzt haben wir hier die ganze Zeit... Ach, diese blöden Nachrichten, ey. Jo. Alter. Das ist ja anders nervig hier mit den Viechern hier echt. Alter. Ich geb dir gleich mal Blutverlust. Mach. Ich tue und boit. Ich bin definitiv. Soll ich stet? Ich bin nicht verletzt. Ich bin nicht nicht so... Ich bin nicht so... Gut, jetzt machen wir ihn richtig schön aus der Ferne, weil wir Magier sind und da ist jetzt noch so einer, den triggern wir und machen ihn auch aus der Ferne, damit er nicht nervt. So leicht könnte es gehen. Okay, da ist ein Stuhl, falls die Gegner hier mal ein bisschen länger warten müssen, falls hier wieder einer hinkommt. Okay, was sagen die hier? Lüge voraus, Lüge voraus. Jo, dann nimmt er vielleicht doch lieber das Schwert. Ja, hier ist aber... Wurzelharz. Gibt es hier überhaupt solche Wände? Ich habe hier noch nicht eine so eine Wand gesehen, die man irgendwie aufmachen konnte. Oder muss man das hier jetzt auch wieder anders machen, so wie das mit einem Schwert in eine in der Hand nehmen. Also ein Schwert in zwei Hände nehmen. Okay, hier ist dieser Hauptraum, wo es dann zum Bossgegner geht. Deshalb glaube ich mal nicht, dass hier jetzt ein Hinterhalt ist. Aber ab hier kann wieder alles passieren. Okay, an der Wand hier ist auf jeden Fall nichts. Da. Alter. 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 Hier ist also ein Gegner. Können wir uns ja schon mal merken. Das sieht jetzt so aus, wäre hier keiner. Hier ist aber auch nicht so eine Wand. Hier ist nichts. Vorsicht vor links. Ach, der ist tief gefallen. Nehmen wir den auf. Jo, den kriegen wir auch. Alter. Gut, der wirft. Jo. Geh weg. Also diese Gargoyles, ne. Die gehen mir schön auf den Sack. Runter versuchen, aber Vorsicht vor plumper Person. Okay, hier kann man wirklich runterspringen. Könnte man. Da ist einer. Hier ist sonst keiner. Hier ist nichts. Ach so, das ist wahrscheinlich diese plumpede Person, oder? Aber den kann man ja von hier oben ganz gut schießen. Ich meine, wenn wir dann später da runter müssen, ist er auf jeden Fall weg. Alter. Gut, der ist weg. Nehmen wir lieber noch einen Sip. War das eine Fall? Ah, okay. Hier. Hier. So, die machen wir auch eben schnell weg. Okay. 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 Lüge voraus. Hier oben ist halt auch nichts. Optisch. Da ist so ein Ding. so eine plumpe Person. Woppa. Waaah. Okay. Ach, das sind da auch die, die in dem Schloss, also dieser eine, der in dem Schloss war. Da war doch einer mit so einem Hund bei diesen Flammenwerfern in dem Schloss. Aber ist schon echt gemein. Also hier unten kriegt man nichts. Hier ist echt keine, kein Item oder so. Und da ist so ein starker Gegner in Anführungsstrichen. Also ohne, da ich jetzt vorher anvisiert hätte, hätte ich den nicht gesehen. Ui, ui, da ist noch so einer. Sollen wir den machen? Wahrscheinlich, ne? Ja. 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 So, jetzt gleich haben wir aber keine Margie mehr. Und er gibt echt wenig Runen, muss ich sagen, dafür, dass der so tanky ist. Oh, shit. Gut, der erste ist weg. Gut, der zweite ist auch weg. Hier ist nix, hier ist nix, hier ist nix. Verborgener Pfad voraus. Also ansprechen kann ich's nicht. Und kaputt machen kann ich's auch nicht. Also wo soll hier bitte ein verborgener Pfad sein? Was haben wir hier? Runenbogen. Da ist ja so ein verstecktes Zimmer, sag ich mal. Also nicht versteckt, aber so ein... So ein Zimmer, was man erstmal nicht betreten kann. Ja, das ist die Frage. Sollen wir das öffnen? Ah, wie viele von den Steinen haben wir denn? Also von diesen Steinschlüsseln. Einen. Ist die Frage, würde sich das lohnen? Ach komm, wir machen das jetzt einfach. Guck mal. Gut. Also wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal weniger Magie, die wir benutzen können später. War nur ein Gegner hier drin. Und wofür haben wir das gemacht? Für einen Helm. Nox Spiegelhelm. Das sieht geil aus. Was ist das denn für ein Spiegelhelm? Nox Spiegelhelm. Ein Helm hergestellt aus einem Kristallspiegel. Eines der magischen Artefakte der ewigen Stadt. Sehr zerbrechlich und anfällig für Schläge. Das klingt schon mal blöd. Er schützt vor der Einmischung des höherem Willens und seiner Fingerdiener und ist damit perfekt für alle Hochverräter. Okay. Gewicht, also wiegt schon echt viel. Also hat extreme magische... Ach ne, hier. Gleichgewicht, hat eine große Last. Naja, also ist kein... Kein schlechter Helm, aber wiegt halt... Wiegt halt ordentlich, ne? Könnte man vielleicht später mal irgendwie nehmen. Schade eigentlich, dass man jetzt dem Ding hier den Schlüssel nicht mehr aus dem Kopf ziehen kann. Aha. Aha, da haben wir dich zuerst entdeckt. Aber es sind ein paar mehr. So. Erstmal so machen. Komm runter hier. Boah, lass uns gehen. Nehmen wir erstmal einen Sip. Boah, jetzt können wir nur noch mit dem Schwert kämpfen. Es sei denn, unsere Fiolen würden wieder aufgeladen werden. Falle voraus. Ja, toll. Okay, hier ist auch nichts mehr. Gefahr voraus. Gut. Ich hoffe, jetzt kommt nicht mehr allzu viel. Okay. Ah, okay, hier sind wir. Boah. Okay. Können wir den nicht hier irgendwie ranziehen? Ich will nicht mehr triggern, als ich eigentlich muss. Schade. Okay. Eine gespaltene Sichel. Wahrscheinlich kommen die von hinten an. Also würde er sich jetzt so gesehen hier fallen lassen, wenn man ihn passiert hat. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Gut, hier sind schon mal zwei. Wir haben, glaube ich, nur einen getriggert von den beiden. Alter. Okay, jetzt mal wieder aufladen. Gut, der ist tot. Jetzt kann ruhig der zweite kommen. Gut, dass wir Schild oben hatten. Alter. Okay. Da ist noch einer. Okay. Mehr ist hier aber auch nicht. Also an Gegnern. Eine Sense. Gucken wir uns die mal an. Die sehen ganz cool aus. Äh, ich meine, das war die. Ja, Sense, ne? Eine große Sense mit langen Düngen Klingeln. Diese Waffe durchdringt nicht nur die Abwehr des Gegners, sondern kann auch blitzschnell Blutung verursachen. Das ist schon mal gut. Den Händen sehr geschickter Kämpfer. Ist diese Waffe absolut tödlich. Und allein der Anblick erfüllt Gegner mit Furcht. Aber das ist wahrscheinlich eine Geschick. Ne, ist eine Stärke. Ausgeglichen. Stärkegeschick. Die könnte ich mir auch vorstellen. Zu nutzen. Müssen wir nur beim rausgehen nochmal auf diese Falle achten. Jetzt hält die Frage, wie kommt man dahin? Weil das sieht so aus. Kann man hier runterspringen oder so? Weil das sieht so aus, als wäre da auch der Schalter. Okay, wie kommt man da jetzt hin? Das ist jetzt die Frage. Okay. Gut, hier ist jetzt nichts. Alter, nein, 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 nein. Uh! Knapp. Sehr knapp. Okay, hier ist jetzt auch nichts. Hier wäre jetzt so das einzige, wo hier steht, dass daher Angriff versuchen, aber ich meine, wie? Weil das wäre jetzt wirklich so das einzige, wo ich sagen würde, joa, hier könnte man vielleicht durchbrechen. Um, äh, da hinzukommen. Hier ist ja auch kein Weg. Genau, hier war ja jetzt auch kein Weg. Aber hier ist nochmal eine Falle. Also darauf aufpassen, nicht drauf treten. Ja, genau. Und hier jetzt sind wir wieder da. Ja klar, man könnte jetzt noch da runterspringen, ne, wie die das gesagt haben. Hatten. Würde ich sagen, wir äh setzen uns nochmal an den Ort der Gnade. Leveln auch noch ein bisschen auf. Und, äh, dann machen wir das mal, was die gesagt hatten. Dass wir da runterspringen. Vielleicht ist das ja der Schlüssel. Das ist so gesehen nicht der offensichtliche Weg der eigentliche Weg ist. Okay, dann steigen wir mal ein bisschen auf. Ich würde schon gerne Weisheit hochhauen, dann würden wir viel mehr Schaden machen mit unserer Magie. Aber ich hätte auch schon echt gerne eine bessere Waffe. Deshalb gehen wir auch erstmal ein bisschen auf Stärke. weil dann könnten wir irgendwann uns auch diese schöne Waffe machen, wenn wir nur 16 Stärke haben. Aber ich schätze mal, wir könnten uns die jetzt schon nehmen, wenn wir sie halt in beide Hände packen. Na, das wollte ich doch nicht. Aber so könnten wir das machen. Da hätten wir die auf jeden Fall jetzt schon, weil damit, mit dieser Waffe würden wir pro Hit FP wiederkriegen. Ich meine, wir können es ja mal versuchen. Wo ist er? Hier ist er. Ja, okay. Da waren die FP. Wie sieht es? Ja, so sieht eigentlich ein Hit auch nicht wirklich schlecht aus mit der Waffe. Na ja, komm ran. Ach, das ist wieder so einer mit so einem großen Teil. So machen wir auf jeden Fall richtig wenig Schaden. Woppa. Weil wir halt diese Waffe noch nicht schwingen können eigentlich. Okay, hier war ja nix. Aber da oben hing ja einer. So, der ist dort. Den können wir erreichen. Den können wir erreichen. So, der ist dort. So, der ist dort. Der ist auch dort. Ja, hier ist auf jeden Fall jetzt ein komplett neuer Teil. Da ist noch einer. Die haben schwere Bestienknochen. Ich habe mir das Gefühl, dass er jetzt läuft. Läuft er hier jetzt immer im Kreis, oder was? Ich muss gerade sagen, ich glaube nämlich, dass er jetzt hier die ganze Zeit im Kreis läuft. Ich glaube, dass er jetzt hier die ganze Zeit im Kreis läuft. Das heißt, wir sollten wieder auf den Boden achten. Okay, da kommt einer. Und da ist auch die Falle. Dreht der jetzt gleich um, oder kommt der hier weiter hin? Das ist halt die Frage. Oder bleibt der jetzt komplett da? Aber der wurde schon irgendwie... Der hat schon was bekommen. Der hat schon was abgekriegt. Alter. Oh, ist da eine Grab Attack? Der zieht ja richtig was ab. Warum sind wir plötzlich so schwer? hier ist nichts und schnell hoch aber warum sind wir plötzlich so schwer lol der kann hier hoch what the fuck jo da ist auch noch einer okay machen wir erstmal den hier haben wir noch einen alten reißzahn und die chillen ja jetzt vielleicht haben wir ja Glück und der eine geht auf jeden Fall wieder weg ach komm du musst doch auf deinen Posten ach man jetzt auch nicht der kommt hier hin komm schon kéfek ich werde mich schon ganz gerne wissen da wo der eine betet ob da vielleicht noch ein gegenstand oder so ist wir haben halt auch viel zu viele ruhen weil wir die ruhen also wir brauchen ja noch eine handvoll ruhen und dann haben wir unser nächsten level ab ach komm schon dickerchen die weg okay hier die frage wie viel haben wir denn das steht hat mir vorher ausgerüstet wir haben echt schlechte schlechte sachen also nicht mehr die besten tränke die guten tränke haben wir vielleicht schon genug um noch ein level abzugehen und dann würde ich da kommen dann nehmen wir eben ich werde das reich ist immer noch nicht so zwei stücke oder sowas brauchen wir noch aber klar so komm dann lasst uns noch einen auf stärke gehen dann rennen wir jetzt gleich einmal durch noch von da unten lang weil ich wollte unbedingt jetzt wissen ob ob da bei ihm der da jetzt da kniet und betet ob da vielleicht doch noch irgendwie ein item ist oder so so geht es jetzt hier lang auch entspannt so einfach hätten wir es machen können da hatte ich natürlich nicht dran gedacht dass man ihn so einfach machen kann aber ja hier ist ja auch noch da nein aber da war auf jeden fall noch ein item dreck gut rennen wir noch durch gut dann geht es hier lang geht es da lang dann geht es hier runter kurz einmal stamina auffüllen hier lang ausweichen hier lang da lang danach hier lang machen wir ihn hier das hier aber auch echt nur so wenig bringen aber es gibt eine asche eine pagen asche hoppa gucken wir uns gleich mal an was die macht kommst du hier rein oder kommst du hier nicht rein pagen asche ruft ein geist eines pagen ok es sieht aus wie fernkämpfer aber 81 81 das ist schon schon doll muss ich sagen kann ich schon sagen dass wir den hier rausnehmen und den ritter rein tun was wird hier gesagt besseres wesen voraus warum immer hund und ist das jetzt eine anspielung auf diese katze die immer hund genannt wird die wird immer wach und genannt ja wir haben volle fp das ist jetzt halt nur die frage er lasst uns mal hier links den den ritter nehmen gleich ja es war schon klar aber drei köpfe ok der ritter sieht auf jeden fall mega cool aus wow ja man muss halt immer ein bisschen stamina übrig lassen so und geschafft damit liegt der wachhund asche des kaiden söldners ach wo wir sind dass diese dudes die wir da gerade unten hatten kaiden diese tanks wo ist er denn hier asche des kaiden söldners 88 für das kosten das wird 81 kostet 63 kosten sieht schon aus wie so ein wie so ein typ ne wo dann gucken wir uns hier noch den den restlichen streifen hier an dann teleportieren uns hierhin zurück weil ich glaube hier sind wir abgegangen teleportieren uns hierhin zurück und wenn wir dann da sind werde ich diesen diese folge beenden gucken wir uns hier noch den letzten abschnitt an ich frage mich echt warum die hunde heißen diese katzen ok da hinten ist noch ein item hier ist aber sonst nichts mehr ich finde das cool dass die leute sterben indem sie in so einem sessel sitzen und einfach um sich so eine schöne landschaft angucken zeit für dies koch warum er todes todes jetzt hier wieder zurück gut da sind wir schon relativ weit gekommen dann würde ich sagen ach ist das die stelle wo dahinten dieser riesige geisterteiten auftaucht ja das müsste die stelle sein egal würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten folge haut rein j ist im in in wie unut